Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casinoplusbonus.com. Heute bin ich im Rabona Casino, beziehungsweise auch ein Bereich für jegliche Arten von Sportwetten und Livewetten, virtueller Sport, ein Livecasino ist vorhanden. Also es ist hier einiges los und das werden wir jetzt mal untersuchen. Wir fangen wie immer an beim Casino und darauf konzentriere ich mich auch in den meisten Fällen. Und wenn man jetzt mal hier so runter scrollt, dann sieht man schon mal die Angebote und sie sind sehr gut sortiert. Und zwar sogar für meinen Meinung nach super gut sortiert. Also man sieht hier zum Beispiel, wie viel es Spielautomaten, also Slot-Spiele gibt. Das sind 2300, das ist schon eine Menge Holz. Und vor allem sind hier meine Anbieter sortiert. Und was das Schöne daran ist, es gibt hier auch die Anzahl der Spiele, die hier jeweils durch den Anbieter abgedeckt wird. Das ist angegeben, sodass man auch schauen kann, wenn man jetzt unbedingt Etsuki spielen möchte, dann schaut man mal. Ja, Etsuki kann nicht so viele haben. Das ist natürlich ein Live-Anbieter. Und somit sehe ich je nach Spiel, also Spiele, Anbieter, Spiele, Hersteller, was einzeln da ist. Dann schauen wir doch gleich mal hier. Red Tiger, Red Tiger 109 Spielautomaten von Red Tiger. Leider auch hier ohne die Check-Bot-Varianten macht nichts. Es ist auf jeden Fall genug Power in jedem einzelnen von den Spielautomaten, dass daraus ein guter Gewinn kommen kann. Hier ist zum Beispiel auch das Blackjack. Wobei man beachten muss, hier mit Bonus bitte nur Spielautomaten spielen und am besten nochmal alles durchlesen. Steht wie immer bei uns auf der Webseite den Link. Habe ich natürlich wieder am Ende vom Video bereitgestellt, dass Sie genau auf die Seite kommen und dann entsprechend sich auch alles anschauen können. Hier haben wir zum Beispiel Rocketman, das ist ein sehr witziges Red Tiger Gaming Spiel und man gewinnt echt gut. Zu meinen Lieblingen gehört auch der Mieters Gold und Magien, wenn wir jetzt einmal dabei sind. Jingle Bells spiele ich übrigens nicht nur zu Weihnachten. Und Dragon's Luck ist auch immer wieder bei mir im Angebot und sehe ich zu, dass ich da ein paar Euro investiere und habe damit eigentlich auch immer gut gewonnen. So, also wie gesagt, so weit, so gut. Sie probieren das sicher selber aus. Wir schauen jetzt nochmal weiter. Es gibt noch natürlich hier Quickspin Automaten. Ich möchte jetzt auch niemanden hier bevorzugen. Die volle Bandbreite von Micro Gaming ist vorhanden. Also da von jedem Klassiker bis hin zu den neuesten Spielen von Micro Gaming alles vorhanden. Amatik Spiele sind auch immer wieder eine tolle Sache. Einfach mal ausprobieren und das ist dann auch möglich, wenn man seinen entsprechenden Book of Queen zum Beispiel als toll findet. Dann setzt man hier das Sternchen oder Book of Lords dann und er hat eben hier die anderen Book of Spiele. Dann setzt man halt das Sternchen und kann dann das in seiner eigenen Liste dann aufrufen und erkennt dann wieder seine eigenen Spiele. So, dann gehen wir mal hier hin. Die Einzahlung, natürlich ist das schnell wie immer gemacht und die Methoden sind also entsprechend vorhanden. Die Gängigsten und zwar ist jetzt auch Neteller und Skrill hier gar nicht anzuklicken, weil es eh auch keinen Bonus gäbe und vielmals aus Deutschland heraus das auch nicht angenommen wird. Aber es ist ja die Überweisung da, es ist mit der PCF-Card da, man kann mit der Mastercard bezahlen. Also Eco-Pace ist auch eine gute Alternative inzwischen für Neteller oder Skrill. So, was man hier noch sieht, Bitcoin, Ripple, also hier geht auch einiges mit entsprechender Kryptowährung. So, die Auszahlung sieht fast genauso aus, also ist es möglich, dann entsprechend auch mit Bitcoin wieder auszuzahlen. Das findet man nicht immer. So, dann gibt es natürlich hier einen tollen VIP-Bereich und wenn man dann ein frisch angelegtes Konto vor beim Rabona Casino hat, dann fängt man an in der Eins als Anfänger und er hat entsprechend ein Auszahlungslimit. Und je nachdem, wie hoch man sich dann spielt oder wie gut einem das Casino gefällt, sieht man schon, dass es eben dann immer höher gibt und Cashback gibt auf Verluste. Und auch die Limits dann sich entsprechend ändern und auch die Boni und Aktionen sind hier entsprechend gut sortiert. So, und wenn wir gerade bei den Bonus-Angeboten sind, möchte ich das hier gerne nochmal zeigen. Es fängt hier an mit einem Einzahlungsbonus für die Sportwetten und es gibt Cashback auf virtuelle und wie gesagt, also Cashout-Bonus, genaues Ergebnis, Freiwetten, also verschiedene Angebote im Sportwettenbereich. Das muss dann jeder für sich selbst mal durchlesen und entsprechend kann man sich dann immer hier mehr anzeigen lassen und sieht dann auch die entsprechenden Bedingungen. Hier sind wir dann wieder beim Willkommensbonus und da gibt es natürlich auch einen Cashback. Es gibt 10% Rückzahlung im Live-Casino und so weiter. Also man kann dann entsprechend den Bonus immer mit Bekommen anklicken, zahlt dann ein und es steht dann immer genau da, welche entsprechenden Beträge man einzahlen muss oder für was jeweils das aktuell genutzt werden kann oder für wen. So, dann sind wir wie gesagt nochmal hier kurz im Live-Casino. Das möchte ich nochmal zeigen und auch hier gibt es dann entsprechend eine, eine entsprechende, Moment, ich bin jetzt wieder hier drauf gekommen, im Live-Casino ist hier alle möglichen, also sind alle möglichen Wünsche mit Blackjack, Roulette und so weiter werden hier erfüllt und man kann sozusagen mit einer der Damen dann loslegen. Ich vermisse jetzt, ach hier haben wir beim Dreamcatcher einen Herrn und hier beim Roulette steht ein, ok, beim Blackjack haben wir auch noch ein paar Herren. Also es wird nicht nur auf die hübschen Damen hier acht gegeben. So, also wie gesagt, eine absolut gute Sortierung. Das Rabona Casino funktioniert auch super gut am Handy und es lädt zügig. Die Auszahlung geht ratz-batz. Also ein bis drei Tage, je nachdem, aber auch bei E-Wallets geht es relativ schnell, sofern man damit überhaupt einzahlen kann eben. So, und ansonsten stört mich etwas hier unten dieses ständige Geflacker von diesen Gewinnen, die irgendjemand jetzt im Casino entsprechend gemacht hat, aber ich konzentriere mich auf meine eigenen Gewinne und jetzt insbesondere wünsche ich allen, die heute vielleicht noch im Rabona sich anmelden und spielen, viel Glück dabei. Nutzen Sie den Bonus bei Bedarf. Lesen Sie unbedingt die Bedingungen nochmal durch. Wie gesagt, alles Gute und viel Glück im Spiel von ihr Denise. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.